In der Mathematik werden Summe und Produkte typischerweise durch Symbole abgekürzt. Und um Ihnen da das Leben etwas zu erleichtern, wenn Sie zum ersten Mal mit diesen Symbolen konfrontiert sind, schreibe ich Ihnen mal ein bisschen was dazu auf, insbesondere ein paar Beispiele. Stellen Sie sich beispielsweise vor, wir wollen die Wählerstimmen in 16 Bundesländern aufaddieren. Die sind aber in 16 Variablen erstmal abgelegt. Die Anzahl dieser Wählerstimmen stecken jeweils in Variablen, die nenne ich. Hier mal ni und dieses i ist irgendein Index zwischen 1 und 16. Wenn ich jetzt alle addieren möchte, dann kann ich das natürlich machen, indem ich das jeweils aufschreibe. n1 ist die Anzahl der Wählerstimmen im Bundesland 1 plus n2 plus n3 und so weiter und das Ganze dann bis n16. So, diese Art von Summen wird typischerweise abgekürzt über das sogenannte Summenzeichen. Das sieht dann folgendermaßen aus. Das Summenzeichen ist ein großes griechisches Sigma und man schreibt hier drunter eine Indexvariable. Die läuft dann von einem Startwert, in dem Fall 1, bis zu einem Zielwert 16. Und da werden jetzt alle ganzzahligen Werte dazwischen durchlaufen. Also 1, 2, 3 und so weiter nimmt der Wert i an und der wird dann der Reihe nach in diesen zu summierenden Ausdruck, in unserem Fall ist es nur einfach die Variable selber, eingesetzt. Das Ganze können Sie jetzt lesen als die Summe von i gleich 1 bis 16 über ni. Ein bisschen allgemeiner könnten wir sagen, wir haben hier unter unserem Summenzeichen wieder diesen Laufindex i. Der läuft von einem Startwert, den nenne ich hier m, bis zu einem Zielwert n. Und der summierende Ausdruck, den kürze ich jetzt mal mit ai ab. Das ist der Startwert. Das ist der Index oder der Laufindex. Die Informatiker würden sagen, das ist eine Laufvariable. Und hier oben haben Sie die Obergrenze und das ist der zu summierende Ausdruck. Dabei geht man typischerweise davon aus, dass diese Untergrenze hier eine ganze Zahl ist, die aber kleiner oder gleich ist wie die ganze Zahl n hier oben. Also m kleiner gleich n aus den ganzen Zahlen. Und das i durchläuft dann eben alle Werte zwischen m und n. Man könnte das Ganze noch ein bisschen allgemeiner fassen. Vielleicht will ich ja nicht unbedingt alle ganzen Zahlen hier als Indexwerte nehmen. Dann würde ich schreiben, Summe von i aus einer Indexmenge über ai. Und dann ist diese Indexmenge, die ist dann zum Beispiel i ist dann 1, 4, 5. Dann wären das die drei Werte, die ich in der Reihe nach für das i einsetze. Das heißt, in dem Beispiel würde die Summe dann ergeben a1 plus a4 plus a5. Also da bin ich dann noch deutlich flexibler. Oder wenn Sie es noch allgemeiner wollen, dann könnte ich auch sagen, ich muss ja nicht unbedingt über solche gezählten Werte hier, durchnummerierten Werte summieren, sondern ich nehme direkt Elemente aus einer Menge, bei denen es Sinn macht, sie natürlich zu summieren, und summiere die direkt. Zum Beispiel könnte ich sagen, meine Menge a enthält die Zahlen 2 Drittel, Pi und Wurzel 2. Und dann würden sie direkt über diese drei Zahlen hier addieren. Ein paar einfache Beispiele mit dem Summezeichen. Die Summe von i gleich 1 bis 5 zum Beispiel über i² gibt dann, jetzt läuft hier der Index, durchläuft alle ganztaligen Werte von 1 bis 5, also 1, 2, 3, 4, 5. Und ich setze jeweils hier in diesen zu summierenden Ausdruck den Zählerwert ein und dazwischen kommt ein Pluszeichen. Das heißt, ich starte mit i gleich 1, dann kommt i gleich 2, das ist nur zur Erklärung, schreibt man normalerweise nicht hin. Dann i gleich 3, i gleich 4 und i gleich 5. Und das gibt dann, wenn ich es jetzt einsetze hier, einmal 1 zum Quadrat, plus 2 zum Quadrat, plus 3 zum Quadrat, plus 4 zum Quadrat, und zu guter Letzt 5 zum Quadrat gibt insgesamt 1 plus 4 sind 5 plus 9, 14, 16, 55. Insgesamt 55. Oder wir summieren über a gleich 3 bis 6 über einen zu summierenden Ausdruck 5k minus 3. Hier heißt die Laufvariable k, muss natürlich nicht immer i heißen, das heißt, ich muss hier auch das i ersetzen, das hier unten steht. Das k natürlich, das k ersetzen. Das heißt, wir haben dann hier, es geht bei 3 los, 3, 4, 5, 6 sind die 4 Summanden in dem Fall, die ich hier durchlaufen muss. Also habe ich einmal 5 mal, es geht mit 3 los, 3 minus 3 plus 5 mal 4 minus 3 plus 5 mal 5 minus 3 und der Letzte ist dann natürlich 5 mal 6 minus 3. Hier haben wir immer diesen Wert von k, der hier hochläuft, 3, 4, 5 und 6. Und das ergibt dann, kann man ein bisschen zusammenfassen, 5 mal, dann die ganzen grünen Zahlen, 3 plus 4 plus 5 plus 6 minus, und dann habe ich hier 4 mal in der Klammer jeweils minus 3, also 4 mal 3, das sind insgesamt 18 mal 15, 90, minus 12, 78. So, noch ein Beispiel, Summe von i gleich 1 bis n und jetzt summiere ich über einen Ausdruck bj und der kriegt hier oben in den Index nochmal so ein i, damit ist keine Potenz gemeint, sondern es ist einfach nur noch ein Index, der da oben steht, und hier ein qi. So, das Besondere hier dran ist, dass ich jede Menge Buchstaben da stehen habe. Das Summezeichen wirkt aber nur auf diesen Laufindex, das heißt, nur das i wird hier jeweils ersetzt durch diese Zahlen, die da eingesetzt werden, von i gleich 1 bis n. Alle anderen Buchstaben bleiben natürlich unangetastet. Das heißt, ich starte hier mit pj1 mal q1 plus, das sollte ein p werden, p plus pj2, u2, und das geht jetzt immer so weiter, bis am Ende des Tages dann, je nachdem was das n ist, pjn mal u n steht. Man kann das Spielchen natürlich auch umdrehen und sagen, man nimmt, schaut sich mal ein Beispiel an, bei dem die Reihe vorgegeben ist und man das in eine Schreibweise mit einem Summenzeichen überführen möchte. Da könnten wir zum Beispiel sagen, wir wollen addieren, 1 plus 3 plus 9 plus 27 plus und so weiter bis 3 hoch 10. Also offensichtlich sind das hier Dreierpotenzen. Man kann sich jetzt überlegen, wo geht es denn los, bei welcher Dreierpotenz? 1 ist auch eine Dreierpotenz, nämlich 3 hoch 0. Das heißt, ich habe hier, wenn ich das mit dem Summenzeichen schreiben möchte, nehmen wir wieder i als unseren Zähler. Der läuft dann von 0 bis 10 über 3 hoch i. Okay, noch ein Beispiel. Angenommen, wir haben folgende Summe. a hoch 6 plus a hoch 5b plus a hoch 4b Quadrat plus und so weiter. Und zum Schluss haben wir dann a mal b hoch 5 plus b hoch 6. So, was passiert hier? Offensichtlich geht es, wenn ich das Ganze jetzt in eine Schreibweise mit dem Summenzeichen überführen möchte, geht es um diese Exponenten natürlich und das System sieht folgendermaßen aus. Die Potenzen von a, die laufen abwärts, 6, 5, 4 und so weiter. 1 und 0, auch 0 steckt hier drin, das ist der Faktor 1, der unsichtbare. Und die Potenzen von b, die laufen aufwärts. b hoch 0, b hoch 1, b hoch 2 und so weiter bis b hoch 6. Wie kriege ich das hin? Na, der erste Teil ist einfach. Wenn ich jetzt sage, lass hier die Potenzen von b von 0 bis 6 laufen. b hoch i, na, dann passt das schon mal. Dann ist das der hintere Teil. Wie mache ich das jetzt aber mit den Potenzen von a? Die sollen ja rückwärts laufen. Ja, ganz einfach. Wir nehmen 6 minus i. Wenn Sie jetzt nämlich i gleich 0 einsetzen, passiert gar nichts. Dann steht da a hoch 6. Und b hoch 0, das ist 1. Schon mal der erste Summand, das ist richtig. Wenn ich jetzt hochzähle, i gleich 1, dann habe ich hier 6 minus 1 ist 5. Wenn i gleich 2 ist 4 und so weiter. Dann läuft das eine abwärts, das andere läuft aufwärts. In Summe sind die Potenzen, die Exponenten dann immer 6. Zwei Rechenregeln zum Summenzeichen. Als erstes gilt die sogenannte Additivität beim Summenzeichen. Das heißt, wenn ich jetzt hier von m bis n summiere über zwei zu summierende Ausdrücke, die aber wieder mit Plus verbunden sind, ist das ja nichts anderes wie eine sehr, sehr lange Summe, in der immer diese Pärchen beieinander stehen. Jetzt wissen wir, dass die Addition in den reellen Zahlen kommutativ und assoziativ ist. Das heißt, ich darf die Klammern weglassen und ich darf auch die As beispielsweise alle zusammensetzen und dann die Bs, sodass ich das dann umsortieren kann. Und dann steht hier i gleich m bis n über a i plus der Summe von i gleich m bis n über b i. Diese Eigenschaft nennt man auch die Additivität. Außerdem kann man sich vorstellen, wenn man eine Summe von m bis n wieder über einen Ausdruck a i hat, der jetzt mit einem Faktor multipliziert wird, also zum Beispiel 5, also einem konstanten Faktor, das ist wichtig, der hängt nicht von i ab. Kann man sich ja vorstellen, hier steht dann, wenn ich zum Beispiel von 1 bis 5 summiere, steht hier c mal a1 plus c mal a2 plus c mal a3 und so weiter. Das c ist also Vorfaktor für jedem einzelnen zu summierenden Ausdruck und damit kann ich es auch mit dem Distributivgesetz ausklammern, also vor das Summenzeichen schreiben. Das ist dann c mal die Summe von i gleich m bis n über a i. Das nennt man auch die Homogenität, diese Eigenschaft des Summenzeichen. Die zwei sind eigentlich sehr einfache Rechenregeln, aber doch so viel wert, dass man sie mal hier in so einen grünen Kasten reinschreiben kann. Produkte kann man ganz analog zum Summenzeichen mit einem großen Pi schreiben. Sonst ist das eigentlich keine Hexerei. Wenn ich also so ein großes Pi hier schreibe und dann drunter i gleich m bis n über a i, dann funktioniert das analog dem Summenzeichen. Der einzige Unterschied ist, dass ich zwischen die einzelnen Elemente dann eben kein Pluszeichen male, sondern ein Mal, ein Malpunkt. Also analog zum Summenzeichen, aber mit dem Malpunkt statt einem Pluszeichen dazwischen. Ein Beispiel wäre das Produkt von i gleich 1 bis n über i. Das ist 1 mal 2 mal 3 mal 4 und so weiter bis n. Je nachdem, was das n ist. Und für diesen Spezialfall, dass ich hier wirklich die Indexzahlen hier aufmultipliziere, gibt es nochmal eine Abkürzung. Das ist dieses Ausrufezeichen als Symbol. Und wenn Sie sowas sehen, dann lesen Sie am besten n Fakultät. Zum Beispiel 4 Fakultät wäre dann 1 mal 2 mal 3 mal 4. Das ist 6 mal 4 ist 24. Ja, und typischerweise definiert man dann noch das Nullfakultät, weil das Ganze funktioniert natürlich nur. Dieses N-Fakultät-Symbol eigentlich für natürliche Zahlen, also für die Null nicht. Aber zusätzlich definiert man Nullfakultät als 1. Das macht an verschiedenen Dellen Sinn. So, wir schauen uns noch ein konkretes Beispiel für die Anwendung dieses Summenzeichens an. Und das ist die dinomische Formel. Uns ist klar, dass ich, wenn ich hinschreibe a plus b hoch 1, dass sich da gar nichts tut. Das bedeutet, ich multipliziere die Klammer mit sich selber. Also da kommt wieder raus a plus b. Wenn Sie a plus b hoch 2 hinschreiben, dann entspricht das dem, was Sie vermutlich aus der Schule kennen, aus der 7. und 8. Klasse. Das ist die erste binomische Formel aus der Schule. Das gibt, wenn man jedes mit jedem multipliziert, a Quadrat plus 2 mal a mal b plus b Quadrat. Soweit, so gut. Aber man kann das Spielchen noch weiter treiben. Und das ist dann immer noch eine binomische Formel. Weil dieses b in der binomischen Formel, das kommt nämlich nicht von dem Zweier hier oben. Das kommt daher, dass ich hier zwei Summanden habe in der Klasse. Also binomische Formel hoch 3. Was ist denn das? Naja, dann müssen Sie jetzt alle Elemente hier oben in dem Ausdruck nochmal mal a nehmen und dann nochmal mal b. Oder anders gesagt, ich schreibe nochmal den Term hin für a plus b hoch 2 und multipliziere das Ganze dann nochmal mit a plus b. Das gibt dann alles mal mit a nochmal durchmultiplizieren. a hoch 3 plus 2 a Quadrat b plus a b Quadrat. Jetzt habe ich hier alles mit a nochmal durchmultipliziert. Das gibt dann das hier. Plus, und das schreibe ich jetzt hier so ein bisschen schräg drunter und jetzt alles nochmal mit b durchmultiplizieren, den Term. Dann haben wir hier a Quadrat b plus 2 mal a b Quadrat. 2 mal a b Quadrat plus b hoch 3. Und jetzt sehen Sie vielleicht, warum ich das so untereinander geschrieben habe. Das hier ist jetzt alles mit b nochmal multipliziert. Jetzt habe ich schon die korrespondierenden Terme untereinander. Das heißt, a Quadrat b, hier habe ich auch a Quadrat b. Die kann ich jetzt natürlich zusammenfassen. Und das machen wir auch. Das heißt, am Ende des Tages steht hier dann a hoch 3 plus 2 plus 1 ist 3. a Quadrat b plus 3 a b Quadrat plus b hoch 3. Einen machen wir noch zu Fuß. a plus b hoch 4 ergibt dann ganz analog dieses Ergebnis. Und man sieht jetzt natürlich schon ein gewisses System. Wenn Sie sich die Potenzen von a anschauen in diesem Ergebnis, dann steht hier a hoch 4. Im zweiten Summanden steht a hoch 3. Dann haben wir a hoch 2, a hoch 1 und a hoch 0. Die laufen offensichtlich abwärts. Und die Potenzen von b, b hoch 0, b hoch 1, b hoch 2, b hoch 3, b hoch 4, die laufen offensichtlich aufwärts. Die Frage ist jetzt, was noch nicht so ganz klar ist, wie komme ich denn hier auf diese Vorfaktoren? Sie haben hier vorne, kann man sich dazu denken, Faktor 1. Hier hinten auch Faktor 1. Das heißt, ich habe hier als Vorfaktoren 1, 4, 6, 4, 1. Diese Vorfaktoren, da brauchen wir noch ein System. Und dabei hilft uns das sogenannte Paskalsche Dreieck. Das Paskalsche Dreieck ist ein Zahlenschema. Das entsteht, indem Sie sich hier eine 1 hinschreiben und dann diagonal links und rechts drunter jeweils auch eine. Und das mache ich jetzt eine ganze Weile, dass ich hier auf diese Diagonalen jeweils eine 1 schreibe. Das kann man natürlich beliebig groß weitermachen. Ich höre hier jetzt mal auf. Und die fehlenden Zahlen innerhalb dieses Dreiecks, die entstehen, indem Sie immer die jeweils diagonal darüber liegenden Zahlen zusammenzählen. Das heißt, hier ist eine Lücke. Da schreibe ich jetzt die Summe aus 1 plus 1 rein. Ergibt 2. Dann ist hier eine Lücke. Das ergibt die Summe 3. 1 plus 2. Dann haben wir hier 2 plus 1 ist auch 3. Dann habe ich hier 1 plus 3 ist 4. 3 plus 3 ist 6. 3 plus 1 ist 4. Dann haben wir 1 plus 4 ist 5. 10, 10, 5 und so weiter. Es fällt auf. Das Ding ist symmetrisch. Das heißt, ob Sie von rechts oder von links starten, das ist immer die gleiche Reihenfolge. Wenn Sie jetzt sich eine Zeile anschauen und nochmal nach oben schielen zu unserem Ergebnis von a plus b hoch 4. Und wenn wir jetzt hier nochmal unsere Vorfaktoren anschauen. 1, 4, 6, 4, 1. Dann sehen wir 1, 4, 6, 4, 1. Das ist genau diese Zeile. Wenn Sie mit 0 anfangen zu zählen. 0, 1, 2, 3, 4. Die vierte Zeile entspricht genau unseren Koeffizienten, die wir hier haben. Warum ist das so? Weil ich diese Zahlen genauso gebildet habe, wie ich hier oben diese gleich lautenden Koeffizienten-Kombinationen, also diese Potenzen von a und b, immer um 1 nach links und rechts verschoben habe sozusagen und dann das Ergebnis runter als Summe generiert habe. Das heißt, wenn ich jetzt zum Beispiel a plus b hoch 7 aufschreiben möchte, dann geht das ganz leicht. Ich brauche im Wesentlichen diese Zeile Nummer 7. Das ist jetzt hier die letzte. Und ich starte mit den Potenzen von a und b. Das wäre dann hier a hoch 7, b hoch 0, das ist 1, lassen wir weg, plus a hoch 6, b hoch 1 und so weiter. So, das sind die Potenzen von a und b. Und jetzt fülle ich das Ganze noch aus mit den Koeffizienten hier aus der siebten Zeile meines paskalischen Dreiecks. Das geht natürlich viel schneller, wie wenn ich hier der Reihe nach 7 mal a plus b mit sich selber multipliziere. Das geht aber noch schneller. Was man nämlich sich überlegen kann, ist, diese Zahlen in diesem paskalischen Dreieck, die kann man auch per Formel direkt berechnen, und zwar über den sogenannten Binomialkoeffizienten. Der sieht typischerweise so aus. Eine Klammer, zwei Zahlen, und man sagt dann hierzu zum Beispiel k aus n. Das ist der sogenannte Binomialkoeffizient. Und der lässt sich über Fakultäten berechnen, und zwar über n Fakultät geteilt durch k Fakultät mal n minus k Fakultät. Manche Leute sagen auch n über k, ja, aus verständlichen Gründen. Wenn wir jetzt zum Beispiel 3 aus 7 ausrechnen wollen, dann ist das 7 Fakultät geteilt durch 3 Fakultät, und in der Klammer 7 minus 3 ist 4 mal 4 Fakultät. Das ergibt im Zähler 1 mal 2 mal 3 mal 4 mal 5 mal 6 mal 7, im Nenner 1 mal 2 mal 3 und 1 mal 2 mal 3 mal 4. Da kürzt sich jede Menge. Übrig bleibt 5 mal 7, das ist 35. So, das entspricht jetzt genau dem Eintrag in der 7. Zeile unseres paskalischen Dreiecks und in dem Eintrag Nummer 3, wenn man bei 0 zu zählen anfängt. Ich zeige Ihnen das mal. In den Zeilen zähle ich das n, angefangen bei 0, und das k entspricht jeweils den Diagonalen. Auch bei 0 angefangen zu zählen. Sodass ich 3 aus 7 dann an der Kreuzung finde, von hier dieser Diagonale Nummer 3 und der Zeile Nummer 7. Das ist unser 3 aus 7. Es geht aber noch ein bisschen einfacher für diesen Binomialkoeffizienten. Da gibt es nämlich auch eine Taste im Taschenrechner. Wenn ich beispielsweise 3 aus 7 mit dem Taschenrechner ausrechnen möchte, dann benutze ich die Taste NCR. So heißt sie zumindest auf den meisten gängigen Schul- und Hochschultaschenrechnern. Wenn Sie zu viel Geld für Ihren Taschenrechner ausgegeben haben, dann haben Sie vermutlich keine so eine Taste NCR direkt drauf gedruckt auf den Tasten, sondern da müssen Sie sich durch ein Menü hangeln. Da empfehle ich die Lektüre der Betriebsanleitung dafür. Aber für die meisten Taschenrechner so bis zum Preissegment von 80 bis 100 Euro, würde ich mal sagen, gibt es die Taste direkt auf dem Display. Probieren Sie es aus. Wenn Sie dann ist gleich drücken, dann kriegen Sie hoffentlich auch das Ergebnis 35, so wie wir es zu Fuß ausgerechnet haben. Wichtig ist, dass Sie das N vor dem Symbol eintippen und danach das K. So, und damit sind wir jetzt in der Lage, eine allgemeine Formel für solche binomischen Ausdrücke aufzuschreiben. Isaac Newton hatte da offensichtlich auch seine Finger mit im Spiel. Deswegen spricht man auch oft von der Newton'schen Formel. Ganz allgemein kann ich jetzt sagen, a plus b hoch n kann ich schreiben als die Summe aus i gleich 0 bis n über, so, jetzt kommt unser Binomialkoeffizient. Ich summiere über i aus n. Dann kommen die absteigenden Potenzen von a. Das wissen wir, wie das geht. Das ist dann der höhere, der Endwert hier, minus i. Dann laufen die hier rückwärts, die Potenzen. Und die Potenzen von b, die hätte ich ganz gern aufsteigen. Also b hoch i. Und das ist es schon. Das ist die allgemeine binomische Formel. Kleines Beispiel noch. Eins, bei dem wir schon wissen, was rauskommt. a plus e hoch 2. Wenn ich das jetzt in diese Formel einsetze, dann wäre das die Summe von i gleich 0 bis 2 über i aus n mal a hoch n minus i mal b hoch i. Und eingesetzt ergibt es dann 0 aus n. n ist natürlich 2 hier, kann ich direkt einsetzen. So, i aus 2 muss es heißen. Und hier haben wir auch 0 aus 2 mal a hoch 2 minus 0 mal b hoch 0 plus 1 aus 2 mal a hoch 2 minus 1 b hoch 1. Und der dritte, ich habe ja hier nur drei Summanden, 0, 1 und 2. Der dritte ist dann 2 aus 2 mal a hoch 2 minus 2 mal b hoch 2. Und jetzt schauen wir mal, ob da unsere gute alte Zipp-Klass-Formel rauskommt. 0 aus 2, das können Sie entweder in den Taschenrechner eintippen oder Sie setzen es in die Formel ein oder Sie schauen in dem paskalischen Dreieck nach. Wenn Sie es in die Formel einsetzen, dann stehen Sie vor dem Problem, dass 0-Fakultät da drin vorkommt. 0-Fakultät haben wir aber als 1 definiert jetzt hier für die einfache Anwendung. Das heißt, das ist 1. Dann haben wir hier 2 minus 0, das ist auf jeden Fall 2. b hoch 0 ist 1. Das lasse ich mal weg. Dann haben wir hier 1 aus 2. 1 aus 2 ist 2. Das ist 1 mal 2 durch 1 mal 1. Also 2 mal a hoch 2 minus 1 ist a hoch 1 oder a. Und b hoch 1 ist einfach b. Und hinten haben wir 2 aus 2 stehen. Das ist auch 1. Dann haben wir hier a hoch 2 minus 2. Das ist a hoch 0, also 1. Und kann man weglassen. Und b Quadrat. Ja, und da steht sie. Unsere gute alte binomische Formel a plus b hoch 2 über den Umweg dieser allgemeinen binomischen Formel ausgerechnet. a Quadrat plus 2ab plus b Quadrat. und zeig und mit in